Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit zu einer neuen Reaction von Kazazi. Er hat einen neuen Song rausgebracht, vor drei Tagen ist er rausgekommen. Ich habe extra gewartet, bis ich zu Hause bin, damit ich mir diesen Song in der Reaction geben kann. Kazazi zusammen mit OS, Topfield produziert von Tim House und DMS Beats. Ja man, lasst ein Leitner. Natürlich mühlich. Was habe ich jetzt? Ja, perfekt. Wollte ich jetzt fett nicht draufstecken, ne? Ja, ähm, okay, Lyrics kommen noch. Schauen wir mal, Beat Tim House, DMS Beats, äh, Lyrics, Kazazi, OS Mixmaster, Kazazi, Kaza, Fundnail, Too Wild, Besa, Videoproduktion, Producer, Besa, Too Wild, äh, Video Directed, äh, Directed, Too Wild, Besa und Kazazi, Viewediting, Too Wild, Kazazi, Besa, Video Grading, Too Wild, Besa, EP Trailer, Too Wild, Besa und Album Trailer, Micro Motion. Da bin ich jetzt mal gespannt, ey, ja, let's go, komm, wir gehen rein, wir gehen rein, let's go. Boah, der Beat ist auf jeden Fall schon geil, Beat ist geil. Boah, wie sieht er aus? Warte mal, warte mal, warte mal. Boah, was hat er für einen Glow abbekommen? Ey, wenn man jetzt mal überlegt, wie er aussah in dem Song, äh, Endlevel, ne? Und so, Bruder, äh, hätte ich ein komplettes Glow abbekommen, Maschine, sein Typ. Geiler Fußball. Boah, wir nehmen die Glocke mit, alle Jungs sind heute topfit. Mach ein paar Maschbilds auf Konzerte, Rechai auf Schoß, gib mir die Blame. Hey, aber geiler Einstieg in den Part auf jeden Fall. Geiler Einstieg, äh, geiles Bild auf allen Dingen. Jetzt könnte man es als Handy-Hintergrund einfach nehmen. Ähm, ja, geil, gefällt mir jetzt schon, Beat, es geht halt so in die Sommerrichtung, ne? Es hat auch wieder so einen Sommertrack, äh, den man auf jeden Fall öfters pumpt, ne? Kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ja, ey, ich hab nix dran aufzusetzen. Video ist krank, bis jetzt, also was heißt krank, oder, äh, halt, für mein Geschmack. Geil, äh, gemacht auf jeden Fall. Neues Frisur, auf jeden Fall, an der Stelle. Ähm, ja. Beat klingt geil, Tim House und DMS Beats. Von Tim House weiß ich grad gar nicht. Ich glaub, von ihm war auch schon der ein oder andere Song von Kazazi produziert. Von DMS Beats weiß ich grad gar nicht. Aber auf jeden Fall, die geil gemacht. Ich bin mal auf OS sein Papp bestand. Ich hoffe, dass man ihn so ausspricht, oder ob es OS oder OS heißt. Ich weiß es nicht. Egal, weiter. Textlich, sehr geil. Textlich, sehr geil. Textlich, sehr geil. Hey, was eine geile Stimme. Boah, auch ein geiler Einstieg in den Part vorhin gewesen, ne? Rauch mit dem Vater Marihuana. Später Koks mit deiner Mama. Trag Lacoste, kein Balenciaga. Ich komm mit der Gang. Ich frage mich so schnell, keiner da, der uns flimmst. Siehe die Neuner, ich seh wie du rennst. Ein falsches Wort und du hörst nur noch bang. Oh, yeah, paar Stunden pennen. Geh direkt los, ja, ich häng mit der Fan. Gib für sie alles auf, gib dir die Hand darauf. Wenn es sein muss, lass ich die City brennen. Yeah, kommt. Hey, geiler Part von, äh, ist das geil? Ey, seine Stimme klingt geil. Hat der noch mehr? Hat der auch eigene Mucke? Weiß man, äh, weiß man was? Wenn ja, ey, ich will noch was von dem anhören. Wir zeigen dir die Welt, fick mal auf Coppix. Uns geht's besser, denn je, alles ist topfit. Seitdem ich lebe, weiß ich, Bruder, Gott gibt und Gott nimmt. Komm mit. Wir zeigen dir die Welt, fick mal auf Coppix. Uns geht's besser, denn je, alles ist topfit. Seitdem ich lebe, weiß ich, Bruder, Gott gibt und Gott nimmt. Yo, Bruder, komm an den Strand, Mann. Wir warten alle nur auf dich, die sind ein paar geile Weiber. Mit den Jungs auch, alles topfit, wie immer du weißt. Ein paar Getränke mit dabei, komm einfach hin, gang. Komm mit. Wir zeigen dir die Welt, fick mal auf Coppix. Uns geht's besser, denn je, alles ist topfit. Seitdem ich lebe, weiß ich, Bruder, Gott gibt und Gott nimmt. Geil, geil, geiler Song auf jeden Fall. Ey, gönnt euch den Track Spotify, gönnt euch, gönnt euch den überall. Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Links zum Song packe ich euch auch in die Beschreibung. Wait a minute. Warte mal, das Video geht noch 34 Sekunden. Was mache ich hier? Äh, ja doch 34 Sekunden. Sie sagen alle immer, Bruder, ich schwöre, obwohl sie gerade lügen, diese kleinen... Oh, als wäre es nur 16 IPs. Sie brauchen dich und kommen mit Janni, du Löwe. Kriege alles jungen allein, wenn ich das höre. Und sie sagen alle immer, Bruder... Neunter, neunter. Okay, nächsten Monat. Ich schwöre, obwohl sie gerade lügen, diese kleinen... Ja, okay. Was kommt denn jetzt, Bruder? Oh, zweites Album, okay. Seit 2005 da... Ey, seit wann kommt das? Weiß man das? Steht das da? Bitte? Ey, man weiß immer noch nicht, wann das kommt. Ey, bitte. Wir hatten diesen Trailer doch schon bei... War das gebrochenes Herz? Das müsste, glaube ich, gebrochenes Herz gewesen sein. Da kam der Trailer auch und da wusste man auch nicht, wann das kommt. Ey, bitte. Ich will nicht länger warten, Mann. Schaff doch einfach dein Album, Bruder. Bitte. Nein, alles nach seiner Zeit. Gönnt erstmal IP. Macht erstmal die IP im Fertig. Dann gönnt euch ein bisschen Urlaub und dann ganz entspannt das Album. Aufentspannt. Ja, Leute. Was ein geiler Abend. Äh, ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like und ein Abo. Ich kann nur sagen, geiler, geiler Song. Tim Houser, dem ist Beats, geile Arbeit geleistet vom Beat. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Link unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch den Song. Ich weiß, ich mache jedes Mal schon Dinge, äh, Outro. Aber dabei rede ich dann noch, woche für 20 Minuten. Ne, scheiße, einfach alles. Egal, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch den Song. Und dann sehen wir uns entweder beim nächsten Gaming Video oder bei der nächsten Beaction. Wer weiß, was ich hochlade. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Outro